grüß dich und willkommen bei nachta racing auf dieses video freue ich mich schon lange denn heute geht es um den vw t4 ein tolles fahrzeug mit einem ganz besonderen platz in meinem herzen er gehört zweifelsfrei zu den besten jemals gebauten bussen von vw ich nehme dich mit auf eine reise zu einer stage 1 also einer klassischen software optimierung der 25er tdi mit seinen 111 kilowatt basiert in der grundidee auf dem audi motor wie er bereits 1989 im c3 eindrucksvoll als direkt einspritzer das licht der welt erblickte eine zeit in der starke innovation vorangetrieben wurde und nicht wie heute als synonym für kostenoptimierung verkauft wird fiat hat erfunden audi hat den selbstzünder schnell und populär gemacht im volvo 850 und audi a6 c4 wurde die letzte entwicklungsstufe des audi motors mit 140 ps verbaut 1998 stellte vw den ahy motor vor eine neue entwicklung des fünfzylinder diesels die unterschiede waren überarbeitete kolken und pläulager neue vtg statt wastegate lader moderne einspritz düsen großer ladeluft kühler und eine neue motorsteuerung zum modelljahr 2001 gab es den axg als neue evolutionsstufe des ahy was zeichnet beide motoren aus fünfzylinder reihenmotor zylinder kurbelgehäuse aus grauguss der zylinderkopf ist aus aluminium nockenwellen durch zahnriemen angetrieben verteilereinspritzbombe durch separaten zahnriemen angetrieben und ein abgas turbolader mit variabler turbinengeometrie im vergleich zu den 1 9er pumpe düse motoren haben wir hier eine ältere einspritz technik der motor arbeitet mit einer verteilereinspritzbombe einer weiterentwicklung der reihen einspritzbombe sie wird mittels zahnriemen über die nockenwelle angetrieben und über das motorsteuergerät geregelt die einspritz düsen sind rein mechanisch und öffnen bei einem definierten kraftstoffdruck der kraftstoffdruck wird über die verteilereinspritzbombe erzeugt die den kraftstoff verdichtet und zylinderselektiv zu den einspritz düsen über leitungen bereitstellt im vergleich zum pumpe düse motor ist der kraftstoffdruck wesentlich geringer diese motoren erreichen trotz dessen eine sehr hohe effizienz und glänzen vor allem in der teillast mit sagenhaft niedrigen verbräuchen wie jedes auto hat auch der bus seine schwachstellen der axg beziehungsweise ahy kombiniert mit dem fünfgang schaltgetriebe ist ein äußerst zuverlässiges robustes und mit einer leistungssteigerung ein flottes und sogar sparsames fahrzeug achtest du auf diese sachen bekommst du den motor nicht klein und laufleistungen über 500.000 kilometer auch mit leistungssteigerung sind überhaupt kein problem beide zahnriemen sind empfindlich gehören spätestens alle 90.000 kilometer getauscht der schwingungsdämpfer gehört sich auch jeden zahnriemenintervall getauscht er wird gerne rissig kann dann nicht mehr adäquat seine arbeit verrichten was zu folgeschäden führt und im schlimmsten fall löst sich der äußere ring und du riskierst einen kapitalen motor schaden da die dann meist in den zahnriemen während der fahrt einschlagen besonderes augenmerk gilt hier höchster sorgfalt beim einstellen der steuerzeiten und aufbauend darauf dem einstellen des statischen förderbeginns an der pumpe und im nachgang die dynamische feinjustierung als verbund arbeiten empfehle ich hier vorsorglich gleich nockenwellen und kurbelwellendichtring zu erneuern als auch die ölpumpe neu abzudichten da eh alles abgebaut ist und man gut hinkommt getriebe zms und kupplung sind nicht die stabilsten ihrer zunft und machen bei unsachgemäßen umgang oder schlechten tuning gerne probleme mit öl vollgelaufenen vakuumpumpen neigen dazu zu klackern bedingt durch den nach unten geneigten verbau vor jedem tuning empfehle ich luftmassenmesser ladedrucksensor den druckwandler und die unterdruckschläuche für kleines geld zu erneuern dann gibt es beim abstimmen keine probleme zusätzlich ist ein fein eingestellter förderbeginn sowohl statisch als auch dynamisch elementar dieser sollte alle 15 bis 30.000 km mit vcds über die diagnostik geprüft werden da der riemen altert und sich während dem laufbetrieb lenkt und somit verstellt abschließend als tipp es ist bei den 111 kilowatt motoren immer ratsam einen externen ölkühler zu verbauen um die öltemperaturen bei langen autobahn etappen in schach zu halten oft quittieren die turbolader ihren dienst aufgrund von zu heißen öl die modusstörung ist ab dem modelljahr 2000 eine edc 15 vm plus und aufbauend auf der msa 15 bosch plattform gab es hier zwei verschiedene generationen die sich in der struktur und im aufbau der datenstände leicht unterscheiden ich habe viel zeit in die entwicklung der datenstände für den t4 investiert damit das ganze neben den zahlen auf dem papier ordentlich marschiert und sich hochwertig oem like anfühlt ich zeig dir wie der drehmomenteinstieg auszusehen hat so dass das zms nicht auf block geht und keine unangenehmen schwingungen in form und schöner vibrationen ins fahrzeug übertragen werden 185 ps und 375 newtonmeter sind hier absolut stressfrei für das auto drehmomentspitze bei 2000 rausgenommen sanfter drehmomenteinstieg bis 2200 umdrehungen und volles moment bei 2500 umdrehungen die maximale leistung zwischen 3500 und 4000 umdrehungen das fährt nicht nur gut sondern fühlt sich absolut harmonisch und stark an unterschiede in der bedatung sind vor allem strukturell bei der einspritzung zu finden hier arbeitet die alte generation beim ahy siehst du oben genauso wie die neue generation beim axg siehst du unten für die bestimmung der einzuspritzenden kraftstoffmenge mit dem sogenannten pumpen kennfeld in diesem kennfeld wird über die motor drehzahl und eine definierte kraftstoffmenge die pumpen spannung bestimmt und somit festgelegt wie viel sprit wie lange zu den jeweiligen düsen geschickt wird dieses kennfeld ist äquivalent zu der förderdauer bei den pumpe düse motoren ist die förderdauer und menge definiert braucht das störgerät noch die info wann das ganze eingespritzt werden soll um eine optimale verbrennung und somit auch ein einspritzende zu definieren denn der diesel ist qualitäts geregelt das heißt änderung der leistung durch änderung der kraftstoffmenge um das optimum bei der verbrennung rauszuholen ist es essentiell den korrekten zeitlichen rahmen für die verbrennung also den förderbeginn und das förderende zu definieren denn ist der förderbeginn zu früh führt das zu extrem hohen drücken im zylinder bis hin zu schäden am motor ist das förderende zu früh verschenkst du leistung ist das förderende zu spät er höchst du die verbrennungs- und damit die abgastemperatur und der wagen rußt unnötig das letztere will ich unbedingt vermeiden da der diesel qualitäts geregelt ist ich unnötigen wärmeeintrag vermeiden will und die verbrennung mit luftüberschuss kühlen muss also das ganze soweit es geht rußfrei halten möchte beim ay ist der förderbeginn grob in drei kennfelder definiert das erste ist das spritzbeginn grundkennfeld das beschreibt wann in kurbelwellengrad vor ot wird angefangen einzuspritzen aufgezogen über die drehzahl und fördermenge das ganze wird begrenzt im spritzbeginn limiter der die sollwerte deckelt und über das steuerkennfeld wird die antaktung für die steuerung definiert das war's dazu gesellen sich noch korrekturkennfelder wie sie überall zu finden sind beim axg sieht das ganze etwas anders aus schon wie bei modernen dieselmotoren bis zur edc 17 hier gibt es eine ganze reihe von förder spritzbeginn kennfeldern in abhängigkeit von der wassertemperatur das ist so der grobe strukturelle unterschied auch ist der hy auf der luftseite nicht so stramm bedartet beim blick in die ladedruckkennfelder fällt auf dass hier 100 millibar weniger ladedruck gefahren wird das heißt weniger luftüberschuss als beim axg also etwas höhere thermische belastung die edc 15 ist bereits über ein viertel jahrhundert alt es ist erstaunlich mit wie wenig mitteln volkswagen diese motoren so herrlich zum laufen bringt wie simpel und klar strukturiert die steuerung aufgebaut ist ich liebe an den verteiler einspritzbombemotoren nicht nur die spezielle elastische und smoofe leistungsentfaltung sondern vor allem die ganz spezielle klangart bedingt durch den graugussblock in verbindung mit der verteiler einspritzbombentechnik und seinem verhältnismäßig durch weichem verbrennungsgeräusch wie ein gedicht der pumpe düse motor völlig andere gangart er ist von der leistungsentfaltung ungehobelter brutaler viel roher in seinem lauf wesentlich rauer wie ein haudegen digital das hat auch seinen reiz vor allem durch das größere leistungspotenzial aber er klingt nicht so musikalisch wie die verteiler motoren wie musikalisch ein t4 mit einer leistungssteigerung von mir auf 180 ps und 370 nm klingt und wie wandlungsfähig so ein transporter bis hin zum musiksaal sein kann siehst du jetzt grüße an dieser stelle an den weltpianisten rudy und alten musiker kollegen merci für dein vertrauen rudy bekam das große paket einmal alles ich sage an dieser stelle vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal mit diesem video möchte ich meiner liebe den automobilen insbesondere den dieseln der frühen 2000er des vhg konzerns aber vor allem dem t4 mit diesem video möchte ich meiner liebe den automobilen insbesondere den dieseln der frühen 2000er des vhg konzerns aber vor allem dem t4 grüße an die gesamte t4 community zögert nicht mich bezüglich leistungssteigerung wartungsfragen und datenstandsanalyse zu kontaktieren Wind Wind Vielen Dank.